Sarah Wagenknecht, eine der prominentesten politischen Persönlichkeiten Deutschlands und Mitglied der Partei Die Linke, durchlebte eine schwierige Zeit in ihrem Privatleben, als bei ihrem jüngsten Sohn, einem Jungen, der noch keine zehn Jahre alt war, Krebs diagnostiziert wurde. Die Geschichte des Jungen ist nicht nur für die Familie Wagenknecht ein großer Schmerz, sondern auch ein Zeugnis für den Schmerz, den viele andere Familien angesichts dieser grausamen Krankheit ertragen müssen. Der Junge war schon in jungen Jahren für seine Fröhlichkeit, Dynamik und kreative Intelligenz bekannt. Schon in jungen Jahren zeigte er eine Vorliebe für viele Aktivitäten wie Zeichnen, Lesen und das Erkunden der Welt um ihn herum. Jeder Schritt in seinem Leben bringt Freude und Glück für seine Eltern, insbesondere für Sarah, der versucht hat, ein friedliches und glückliches Familienleben zu führen, obwohl er mit seiner politischen Karriere beschäftigt ist. Dieses glückliche Familienleben wurde jedoch auf den Kopf gestellt, als der Junge ungewöhnliche Symptome verspürte. Die Ärzte stellten fest, dass er an einer seltenen Krebsart litt und die Behandlung komplexe und teure medizinische Eingriffe erforderte. Für eine normale Familie ist das schon ein großer Schock, aber für Sarah Wagenknecht und ihre Familie ist der Schock aufgrund der Berühmtheit und Aufmerksamkeit, die ihnen entgegengebracht wird, noch größer. Sarah und ihr Mann, Oskar Lafontaine, widmeten ihre ganze Zeit und Ressourcen der Pflege ihres Sohnes und suchten gleichzeitig nach den fortschrittlichsten Behandlungen, die möglich sind. Sie standen vor schwierigen Entscheidungen, von der Wahl der Behandlungsoptionen bis hin zur Vereinbarkeit von Arbeit und Kinderbetreuung. Mit jedem Tag, der vergeht, muss sich die Familie mit den psychischen Schmerzen und dem Stress um die Gesundheit des Jungen auseinandersetzen, zusammen mit der Sorge um die Möglichkeit einer Behandlung und den enormen Behandlungskosten. Trotz vieler Schwierigkeiten gaben Sarah Wagenknecht und ihre Familie die Hoffnung nie auf. Sie suchten Unterstützung bei Wohltätigkeitsorganisationen und Krebsselbsthilfegruppen, die Familien in ähnlichen Situationen Informationen und emotionale Unterstützung bieten. Diese Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, die finanzielle Belastung zu verringern, sondern bringen dem Jungen und seiner Familie auch Ermutigung und spirituelle Stärke. Sarah hat die Geschichte ihrer Familie öffentlich geteilt, um das Bewusstsein für Krebs und die Bedeutung der Früherkennung zu schärfen und die Krebsforschung zu unterstützen. Sie glaubt, dass dieser Austausch vielen anderen helfen kann, die nötige Unterstützung zu erhalten und eine positive Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Letztendlich ist die Geschichte des Jungen und der Familie Wagenknecht eine berührende Geschichte von Liebe, Stärke und Opferbereitschaft. Auch wenn der Kampf gegen den Krebs schwierig ist und es kaum Garantien gibt, ist die unerschütterliche Liebe und Unterstützung der Familie eine wertvolle Quelle der Ermutigung. Hoffentlich wird diese Geschichte nicht nur als Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Mut der Familie Wagenknecht dienen, sondern auch als Erinnerung an die Kraft der Liebe und Unterstützung in diesen schwierigsten Zeiten. Sarah Wagenknecht, eine prominente deutsche Linkspolitikerin, hat beschlossen, eine eigene neue politische Partei zu gründen, ein wichtiger Schritt in ihrer politischen Karriere. Nach Informationen des Spiegel will Wagenknecht diese Entscheidung am kommenden Montag öffentlich bekannt geben. Dieser Schritt markiert nicht nur eine große Veränderung in Wagenknechts politischem Werdegang, sondern könnte auch tiefgreifende Auswirkungen auf die aktuelle politische Landschaft Deutschlands haben. Wagenknecht, der früher ein prominentes Mitglied der Partei Die Linke war, zeichnete sich seit langem durch seine scharfen Ansichten und seine häufige Kritik an der Regierungs- und Parteipolitik aus. Ihre Entscheidung, eine neue Partei zu gründen, spiegelt möglicherweise ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Ausrichtung der Linken und den Wunsch wieder, eine klarere politische Vision zu vertreten und sich auf Themen zu konzentrieren, die sie für wichtig, aber noch nicht vollständig gelöst hält. Die Gründung von Wagenknechts neuer Partei dürfte eine neue Welle in der deutschen Politik auslösen, mit möglichen Auswirkungen auf Wahlen und die Machtverteilung im Parlament. Dank ihrer klaren Ansichten zu sozialen und wirtschaftlichen Themen sowie ihrer Fähigkeit zu kommunizieren und zu überzeugen, hat sie sich eine bedeutende Anhängerschaft aufgebaut. Von ihrer neuen Partei wird erwartet, dass sie sich auf die Bekämpfung sozialer Ungleichheit, den Protest gegen Ungerechtigkeit im Wirtschaftssystem und die Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer konzentriert. Die Geburt der neuen Partei ist nicht nur ein politisches Ereignis, sondern auch ein strategischer Schritt zur Schaffung einer stärkeren politischen Kraft, die die Art und Weise verändern kann, wie politische Fragen in Deutschland diskutiert und gelöst werden. Wagenknechts Partei dürfte das Interesse vieler Wähler wecken, die eine deutliche Veränderung gegenüber den derzeitigen politischen Parteien anstreben und gleichzeitig Druck auf die traditionellen Parteien ausüben, ihre Politik anzupassen. In der Zwischenzeit werden politische Gegner und Analysten die Entwicklungen in dieser Situation genau beobachten, um den Einfluss der neuen Partei auf die politische Landschaft und künftige Wahlen einzuschätzen. Ungeachtet dessen wird Wagenknechts Entscheidung, eine Partei zu gründen, sicherlich einen bemerkenswerten Wendepunkt in der deutschen Politik darstellen, und ihre öffentliche Ankündigung am Montag wird ein wichtiges Ereignis sein, auf das alle warten werden, um ihre nächsten Schritte zu sehen. Mit der offiziellen Bekanntgabe seiner Partei durch Wagenknecht haben Wähler und politische Beobachter die Möglichkeit, die Politik und Vision dieser neuen Partei sowie ihren Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Politik in naher Zukunft zu bewerten. Auf der Pressekonferenz am Montag gab Sarah Wagenknecht offiziell die Gründung eines neuen Vereins mit dem Namen BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Dieses Ereignis markierte einen wichtigen Schritt in ihrer politischen Karriere, als Wagenknecht die neue Organisation im Beisein einer großen Zahl von Reportern, Journalisten und wichtigen Persönlichkeiten des politischen Bereichs öffentlich vorstellte. Verein BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. wurde mit dem Ziel gegründet, Vernunft und Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu fördern und dabei die Werte und politischen Ansichten Wagenknechts wiederzuspiegeln. Während der Pressekonferenz stellte Wagenknecht die Hauptziele des Vereins klar dar und betonte die Notwendigkeit einer unabhängigen Plattform zum Kampf für Bürgerrechte und gegen soziale Ungerechtigkeiten. Sie sagte, der Verein werde sich auf den Schutz grundlegender Menschenrechte konzentrieren und gleichzeitig Transparenz und Fairness bei politischen und sozialen Entscheidungen fördern. Wagenknecht verspricht außerdem, dass die Organisation transparent agieren und die Interessen der Gemeinschaft stets in den Vordergrund stellen werde. Darüber hinaus stellte Wagenknecht konkrete Pläne und Strategien vor, die der Verein in naher Zukunft umsetzen will. Sie sagte, der Verein werde Workshops, Seminare und andere öffentliche Aktivitäten organisieren, um das Bewusstsein zu schärfen und Diskussionen über wichtige Themen zu fördern. Wagenknecht äußerte zudem den Wunsch, mit sozialen Organisationen und Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. An der Pressekonferenz nahmen auch zahlreiche Kollegen und Unterstützer Wagenknechts teil, die ihre begeisterte Unterstützung für die Gründung dieses Vereins zum Ausdruck brachten. Die Veranstaltung erregte nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern hinterließ auch einen starken Eindruck in der politischen und gesellschaftlichen Gemeinschaft. Die Gründung von BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. gilt als wichtiger Meilenstein in Wagenknechts Bemühungen, einen positiven Wandel in Gesellschaft und Politik herbeizuführen. Sarah Wagenknecht bekräftigte, dass der Verein mit der Unterstützung und Begleitung seiner Mitglieder und Partner stets bestrebt sein werde, seinen Auftrag zu erfüllen. Sie forderte alle, die sich für Fragen der Gerechtigkeit und Vernunft interessieren, auf, sich den Aktivitäten des Vereins anzuschließen und sich daran zu beteiligen, sich für den Aufbau einer gerechteren und zivilisierteren Gesellschaft einzusetzen. Die Gründung von BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. ist ein wichtiger Schritt vorwärts auf Wagenknechtsweg und ein positives Signal für diejenigen, die sich echte Veränderungen in der Gesellschaft wünschen. Während ihrer gesamten politischen Karriere widersetzte sie sich häufig den Wünschen der Mehrheit oder der Machthaber, was sie zu einem Vorbild für Widerstand und Innovation machte. Sarah Wagenknecht begann ihre politische Karriere in den Reihen der Kommunistischen Partei Deutschlands, SED, und schloss sich später der Linkspartei, Die Linke, an, wo sie schnell zu einer ihrer prominenten Führungspersönlichkeiten wurde. Im Laufe seiner Karriere hat Wagenknecht häufig die Politik der aktuellen Regierung und die Entscheidungen internationaler Organisationen kritisiert, die oft keine breite Unterstützung finden. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihren Widerstand gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der deutschen Bundesregierung sowie gegen die Politik der Europäischen Union aus, die sie für unfair und nachteilig für benachteiligte Gruppen hält. Wagenknecht ist für ihre scharfe Kritik an Wirtschaftsreformprogrammen bekannt geworden, die ihrer Meinung nach zu stark auf die Interessen der Elite und des Großkapitals ausgerichtet sind. Sie forderte umfassende Reformen im Wirtschafts- und Sozialsystem, um Gerechtigkeit und Gleichheit zu gewährleisten. Diese Ansichten stoßen häufig auf Kritik von anderen Politikern und politischen Analysten, die sie als zu extrem oder unpraktisch ansehen. Sie blieb jedoch stets standhaft, was sie zu einer wichtigen Figur bei der Förderung von Diskussionen über soziale Gerechtigkeit und politische Reformen machte. Während viele andere Politiker eher ein Bild der Sanftmut und des Konsenses pflegen, wählt Wagenknecht oft den Weg der öffentlichen Konfrontation und Debatte. Sie scheut sich nicht, die Politik beider Oppositionsparteien und ihrer politischen Verbündeten zu kritisieren, wenn sie feststellt, dass diese nicht den Bedürfnissen der Menschen entspricht. Ihr Mut und ihr Engagement für die Prinzipien, an die sie glaubte, schufen ein starkes und einflussreiches Image, das jedoch nicht immer akzeptiert oder geliebt wurde. Sarah Wagenknecht zeichnet sich auch durch ihre kritischen Ansichten zur Europäischen Union aus, die ihrer Meinung nach es versäumt hat, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme ihrer Mitgliedstaaten anzugehen. Sie bezeichnete die EU-Politik als »Feind der Armen« und forderte eine grundlegende Änderung der Arbeitsweise der EU. Ihre Ansichten führten nicht nur zu Spaltungen in der deutschen Politik, sondern machten auch tiefe Meinungsverschiedenheiten über die künftige Ausrichtung der Europäischen Union deutlich. Trotz vieler Kontroversen und Kritik seitens politischer Gegner bleibt Sarah Wagenknecht eine unverzichtbare Figur der deutschen Politik. Ihr Widerstand und ihre gegensätzlichen Ansichten verdeutlichen nicht nur die politische Vielfalt, sondern fördern auch wichtige Diskussionen über grundlegende Fragen der Gesellschaft und Wirtschaft. Dies hat sie zu einer der prominentesten und umstrittensten Politikerinnen ihrer Zeit gemacht, zu einem Symbol für Widerstand und Innovation. Sarah Wagenknecht, eine prominente deutsche Politikerin und eine der umstrittensten Persönlichkeiten der deutschen Politik, ist zu einem Brennpunkt in der Debatte über Populismus und politische Polarisierung geworden. Wagenknecht, einst einer der Spitzenführer der linken Partei Die Linke, ist für seine schockierenden Ansichten und Äußerungen bekannt, die auf beiden Seiten des politischen Spektrums heftige Reaktionen hervorgerufen haben. Wagenknechts Wandel von einer traditionellen linken Politikerin zu einer Populistin hat nicht nur innerhalb ihrer Partei, sondern im gesamten deutschen politischen System für Besorgnis gesorgt. Mit ihrer prominenten Kritik an der Politik der Europäischen Union und wichtigen Politikern hat sie die Aufmerksamkeit sowohl der linken als auch der rechten auf sich gezogen. Wagenknecht betont immer wieder das Scheitern der aktuellen Politik und fordert einen grundlegenden Wandel in der Regierungsführung des Landes. Dies hat die Spannungen zwischen verschiedenen politischen Gruppen erhöht und das politische Klima zunehmend polarisiert. Wagenknecht ist nicht nur ein politischer Kritiker, sondern auch ein Symbol der Antiglobalisierungsbewegung und des Widerstands gegen den Aufstieg des Kapitalismus. Sie kritisierte die derzeitigen Politiker dafür, dass sie grundlegende soziale Probleme, insbesondere Ungleichheit und Armut, nicht angehen. Diese Ansichten haben sie zur Zielscheibe der Kritik von Oppositionsparteien gemacht, darunter auch von rechten Parteien, die sehen, dass der Aufstieg des Populismus ein gutes Umfeld der Instabilität schaffen könnte. Allerdings hat Wagenknechts Auftritt als populistischer Widder nicht nur rechte Politiker beunruhigt, sondern auch dazu geführt, dass linke Parteien ihre Strategien überdenken. Ihr Perspektivwechsel spiegelt nicht nur einen individuellen Wandel wider, sondern ist auch Zeichen eines größeren Trends in der deutschen Gesellschaft, in der populistische Bewegungen zunehmend dominant sind. Dies wirft große Fragen über die Zukunft der Partei Die Linke und ihre Rolle in der deutschen Politik auf. Politikexperten und Analysten befürchten auch, dass Wagenknechts Übernahme des Populismus die Einheit der linken Kräfte schädigen könnte, die sich angesichts der Herausforderungen rechter Bewegungen schwer tun, die Einheit aufrecht zu erhalten. Sie befürchten, dass diese Spaltung zu einem künftigen Macht- und Einflussverlust der linken Parteien führen könnte. Mit dem Aufkommen des Populismus und der politischen Polarisierung steht Deutschland vor einer wichtigen Transformationsphase. Sarah Wagenknecht führt als umstrittene Figur eine große Debatte über die Richtung der deutschen Politik und die Zukunft linker Bewegungen. Ihre Anwesenheit ist nicht nur eine Herausforderung für die politischen Parteien, sondern auch ein Indikator für einen großen Wandel in der globalen Politik.